Ich glaube ungefähr in die Richtung, wo du kamst. Wie gesagt, ich bin Richtung fliegender Baum. Wenn du irgendwie abhauen kannst oder so, dann in die Richtung am besten. Ich bin am grünen Haus gerade. Wo ist das grünen Haus? Komm einfach zu mir, schnell. Ja, ich brauche ein bisschen, so fünf Minuten. Fünf Minuten, okay. Der hat mega weit weggelaufen. WTF, Alter. Wo kann ich mir nach Sporta beschossen? Komm mal zum Map ran, so. Okay. Ähm, war das das grüne Haus, wo der Stein gerade ist? Ich glaube, wir haben getötet. Nein. Nein, das selber ist dauernd bei mir. Wir sind zwei Leute gewesen. Nein. Zwei Leute waren da. Ich fasse es nicht. Oh mein Gott. Ist das selber bei dir auch dauernd? Oh nein. Und ich, hoffentlich, hoffentlich bin ich direkt am Baum ausgelockt. So, ansonsten liegt er tot. Ich habe gerade mit einem 24-Schönen-Diskemeck. Ist das sowas nur dumm? Ich habe einen getötet. Der andere ist in einem kleinen Schuppen dahinter gewesen. Mit einem roten Rucksack. Die sind relativ zivil bekleidet und relativ zivil bewaffnet. Also du kriegst die. Ich nehme einfach auf. Fuck my life, Alter. Okay, ich sehe die Scheune. Ich sehe den Garten dahinter. Hinter der Mauer oder nach davor? Hinter der Mauer. Nicht direkt an dem Haus dran. So circa 100 Meter entfernt. Dahinter ist eine große, schwarze Scheune. Und da ist dann so ein ganz kleiner, schwarzer, brauner Scheck. So rechteckig. Da saß der gerade drin, bevor er bei mir persönlich mein Internet down gegangen ist. Einen habe ich definitiv getötet, der liegt tot am Baum. Der andere war in der Schuppen selbst noch drin. Und ich bin gerade ziemlich mad und ziemlich scheiße jetzt das, Alter. Oh mein Gott. Oh Gott. Ah, ist zu viel für mich, Alter. Ja, ich sehe ihn. Ich bin ihm schon im Kampf mit dem. Ah, bin. Ich bin drauf. Ich lebe noch. Ja, ist ein Down. Ist Down, ist Down, ist Down. Bist du das da? Ja, das bin ich, bin ich, bin ich. Ich bin gerade eingeloggt, Alter. War der immer noch im Schuppen drin? Ja, ja. Alter. Ich bin gerade wieder eingeloggt, Alter. Siehst du, dieser Gammle im Schuppen, Alter. Ja, pass auf, ich könnte noch irgendwo jemand sein. Holy. Also du hast ihn da auf jeden Fall rune gemacht. Das ist KGD Dude, der Typ hier. Der Typ hat einen Worm Dryback. Also ich weiß, ich nehme einfach nur so ein paar Sachen hier. Also du hast ihn in den Kopf geschossen, ne? Nicht schlecht. War in die Brust. Ey. Ungelogen, ne? Das ist doch mal wieder so richtig klassisch, ey. Kann ich mein Skow wieder benutzen? Gerade muss ich aus den Hüften schießen, deswegen. Vor allem, der blieb die ganze Zeit da in den Hütchen sitzen, Mann. Das ist doch echt Bananas, oder? Alter, Verwalter. Ich meine, es ist mal wieder so typisch, ne? Wir sind mitten in der Wallachie, am Arsch der Welt. Ich meine, wie, warte, nur, warum musst du das quasi auf Banden festhalten, ja? Warte, hier vorne, ungefähr, genau, hier, hört die Map auf, okay? Also, China ist auf. Und genau da sind Leute, währenddessen ich hier übers Feld laufe. Ah, Alter, das kann doch nicht wahr sein, ey. Das ist zu viel für mich, ernsthaft Kevin, das ist einfach zu viel für mich. Gerade konnte ich immer meinen Skow benutzen, deswegen muss ich aus der Hüfte schießen. Ich wusste nicht, wie ich ihn getroffen habe, aber nicht. Ich war halt mega außer Atem. Ich habe das einfach draufgehalten, wie so ein Bilder. Ich habe erstmal ein bisschen draufgehalten, damit er halt in Deckung geht, weil er da so aus seinem Ding rausgeguckt hat. Dann bin ich, sagen wir mal, hervorgegangen, bis ich halt endlich mal wieder vernünftig Luft holen konnte. Oh Gott, ey, das alles hier treibt mich an meine Grenzen, Kevin. Hast du zufälligerweise für mich noch ein bisschen M4 Munition? Noch ein bisschen geben, ja? Das wäre gut, ey. Wollen wir hier drin haben müssen. Meine Fresse. Mitten im Nirgendwo, weißt du? Das ist so klar. Ja, Sabadan. Ach. Diesmal richtig? Oh mein. Ach. Egal, schnell. Das war auch der letzte, den wir mal einen M4 drin haben, oder? Ja, ja, klar. Ich nehme immer noch auf hier. Kann man gleich mit dem Scheiß mitmachen. Holy, das ist halt... Ja, das ist halt richtig dumm gewesen. Ich bin nicht draufgekommen. Ich bin draufgekommen. Als kleiner Tipp, immer zuerst Details öffnen und dann auf Connect klicken, nicht auf den Serverdoppelklicken. Bin drauf. Ja, sehr gut, ich auch. So, ich nehme das jetzt auf. Die Erfahrung. Experimental-Erfahrung, Alter. Ey, das ist doch so dumm, ey. Ey, komm, wir laufen über das offene Feld. Oder ich so. Du sagst so, ja, ich bin ein bisschen weitergelaufen. Fünf Minuten. Ne, die eine... Fünf Minuten. Nein, nein, das schon. Das hat mich schon wieder umgebracht, der Call, ne? Ich bin nur fünf Minuten da. Fünf Minuten. Du hast gesagt, so, loot mal das erstmal ein bisschen für dich. Hol mal ein bisschen so Essen und Tränken. Ich habe hier, warte. Ich habe hier Parmigiano-Regiano. Ja, das dürfen die Leute selber raussfinden, was das ist. Habe ich hier liegen, ja, und wollte es gerade so reiben. Und dachte an nichts Böses. Und ich laufe so über ein Feld mit dem Geldstück in der Tastatur. In W reingeklemmt. Denkst du, hör, laufe ich mal zu Kevin. Wenn ich es bei Kevin bin, dachte ich so, dann kann ich ja wieder... Muss ich ja eh sowieso wieder zurück zu dir laufen, so. Äh, also zurück zur Base laufen, ey. Und... Oh, ja, ging es mal. Ah. Ja, so viel dazu. Halt. Du darfst nochmal mit der Waffe im Anschlag rum, ne? Ja. Okay. Ich weiß auch eine schwarze Hose an. Liegt eine Waffe vor? Hier war schon jemand? Nein. Das mit der Waffe im Anschlag sieht es minimal, wie soll ich sagen, aggressiver aus. Ne, warte mal, das ist keine M4. Ist das eine SVD? Eine SVD, ja. Gute Waffe, ich habe dafür mal gezogen gefunden. Bei deinem Doom-Mill, aber ich habe schon zwei Waffen. Okay. Warte, du kommst ja easy durchgelaufen, lol. 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 Oh, ist hier. So, ein Batztock, WM4. Nee. Ganz ruhig, hier ist ja keiner, ha? Ich glaube, die sind einfach nur... Ich glaube, die wollten zur TZ-Military-Base und haben sich verlaufen. Auch wieder möglich. Deswegen haben wir die da gefunden, weil... Warum sollte ich hier sonst eine AKM liegen mit Magazin? Mit Trommel-Magazin? Gut, da war noch schon ein Haufen Restart zwischen, ne? Muss man dazu sagen. Ja. Das war aber auch kein richtiger Restart, ne? Ich fand mich vielleicht... Das ist schwer zu sagen. Ja, das ist echt schwer zu sagen. Ich fand mich, wie lange das da ist, bis die Leute hier oben in diesem Gebäude gerufen könnten. Na ja, nicht lange, wenn du da sitzt, die Leute hier unten drinne. Na ja. Auch so was zu sagen. Man wird auf jeden Fall nicht drinne ausloggen. Das ist richtig. Von uns, von uns, direkt von uns. Hat er uns gesehen? Weiß nicht. Der ist zu Wake gerannt hinter der Mauer. Ja. Ich push noch auf ihn zu. Da sah nicht so ein bisschen militärischer aus. Bin da rechts. Ich glaube, der ist hier drin. Na, bei dir drinne? Ich glaube schon. Weiß ich aber nicht. Kein Safe Call. In einer Steinmauer warst du, ne? Das warst du? Genau, in einer Steinmauer bin ich. Immer noch. Ich komme mal kurz, ob er drinne ist, im grünen Ding. Ja, ist er. Hey, dude. Ist im grünen Ding drin. Safe Call. Hat ne... Hat ne weiße Ding. Hallo? Aim das ab. Ja. Was raus. Oh. Down. Danke. Arze heißt er. Meine Waffe ist gerade gejamt, ne? Möchte ich anmerken. Wie mache ich das? Einfach erdrücken? Einfach erdrücken, dann hast du einen Schuss im Inventar. Naja, tatsächlich. Das war alles. Jetzt kann ich wieder schießen. So, ne Fall. Genau, ich kann es erschießen. Ne Fall? Ja, ne Fall. Ist klar. Ja, ich dachte mir schon, dass er drin ist. Hui. Meine Fresse, Alter. Sag ja, große Waffe. So, hier liegt der tote Typ. Oder das, was übrig geblieben ist. Wie ist das zugemacht hier, das Ding? Wir haben alles zugemacht, ja. Ja, okay. Also jetzt gerade eben nicht. Ne, wieso? Was gerade eben ist? Ne, weil das Ding hier zu ist. Achso, ja, das haben wir zugemacht, klar. Wir machen ja mal alles zu, um zu gucken, ob Leute da waren. Was, ne? Okay, dann kommen wir mit hier an der Mauer. Da wird es euch schon. Und wir sind gerade rausgelaufen. Und... Geil, ne? Wow. Fancy. Da ist noch ein Reifen drin noch. Vermutlich, wie gesagt, der hat das Agent Sepponstar gemacht. Der ist kurz hingefahren. Er hat bemerkt, dass, äh, wie soll ich sagen, das hier vielleicht so sein könnte. Hat einfach, äh, also hat sozusagen, äh, die Zündkerzen mitgenommen. Packt übrigens eure Waffen da rein, die ihr ex habt. Und, äh, ist dann einfach losgefahren. Get an Offroad Hedge. Ja. F. Okay, wir werden vielleicht auch einmal kurz ausprobieren können, ne? Okay. Knüppel. Geh mal den Schoß runter. Was? Du bist... Ich bin sitzt hinten, du sitzt vorne. Hä, bei mir sitzt du vorne. Direkt auf meinen Schoß. Ich bin mich hier irgendwie nicht so sicher. Denken Sie gucken, könnte nicht, wenn was passiert, nochmal rausspringen. Waren wir schon? Ne. Äh, vielleicht auch einmal ganz kurz. Einmal ganz kurz gucken, ob vielleicht irgendwie, weißt du, ob irgendwas passiert. Und vielleicht sollten wir erstmal nicht alle einsteigen und gucken, ob die Karre überhaupt sich bewegt. Okay, raus, 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 oh mein Gott. Das ist nicht so einfach von hier hinten. Ja, bleib du mal hinten da, da hinten ist safe. Lobby nicht. Okay, warte. Ich glaube, wir brauchen echt ein bisschen Deckung, passen wir ein bisschen auf, ja? Nicht, dass denn jemand vorbei düst hier. Das heißt, ich weiß eigentlich gerade. Ich glaube hier gerade wie so ein Produkt da, hin und her. Guck mal, Pristine, 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 Pristine. Hey, mal, der wird hier hinten, hier hinten wird er festsitzen. Oh ja, das ist gut möglich. Äh, ich mache mich an der Arbeit, ich baue ihm einen Fallenbogen. So bedrohlich an. Ja, Mann. Aber warum bewegt sich das Ding nicht? Wenn du von hier gegen schießt, so? Ja, ist so eine Idee. Vorsicht, nicht, dass es den Headshot gäbe oder so ein Kram. Oh, wow, 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 shit, shit. Kevin ist ein scheiß Ideen, Alter. Ich habe das gesehen. Ja. Hey, ist ein Muffin-Auto-Injektor. What the fuck? Oh, echt? Oh ja. Kevin sagt mir nochmal, wo ich gegen schießen soll. Das hat ganz gut geklappt. Gegen die Tür. Ich muss hier gegen schießen. Was denn jetzt passiert? Warum? Weiß ich. Bogen ist weg. Da ist er. Ne, da. Gut. Ich muss hier hinhocken und dann musst du von hier unten so auf die Tür schießen. Achso, warte mal. Der Stick ist so green. Eigenartig. Weiß man, das Messer hier hinten drüber. Hier, es liegt hier hinter dem Auto. So, nochmal. Holen muss ich hier? Hier hinhocken und dann gegen die Tür schießen. Gegen die Tür. Ach, rechts im Kickflip der Ding, ey. Oh, okay. Oh, ich hab durch die festgeschäupt. Das sah ziemlich gut aus, muss ich sagen. Das ist großartig. Wo ist dieser Pfeil? Der ist weggeschossen. Ja, schon. Irgendwo musste noch ein dritter sein. Also, eine habe ich weggeschossen, der andere war ruined. Oh, ich hab vielleicht noch, hab ich mir ein Inventar. Wusste natürlich. Okay, so. Hinhocken. Oh, what? Okay, und. Ja, Kevin, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, ich schieße einfach nochmal hier gegen die Motorhaube und guck, was passiert. Oh, also, du bist bewegt. Oh, warte mal, warte mal. Ich hab ne Idee. Sag mal bitte, bevor du irgendwas machst. Jetzt irgendwas hinlegen? Herr Knüppel, pass doch bitte ein bisschen auf. Ja, ich geh weg. Ich weiß nur, ich... Ich hab die Tür geöffnet, aber irgendwie... Das wär großartig gewesen, wenn das funktioniert hätte. Oh, stopp, mach nochmal auf. Schieß mal da in das andere. Ja, wollte ich grad sagen. Schieß mal ins andere rein. In der Motorhaube. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, geil. Scheiße. Ich weiß, ob das Ding jetzt fährt. Ja, mach ich. Ich bleib hier draußen. Sicherst du nicht alle zu dritt nochmal einsteigen wollen? Nein. Steh ich nicht. Warum? Ich hab mich da hinten so... Eingequetscht gefühlt. Oh! Oh! Rüffers kann man drin. Salonara bitches! Okay. Kann man den Sitznir auch noch zurückklappen hier? Ja, kann man. Ja. Ja? Ah! Entschuldigung. Geht es doch so? Ja, ja. Ich krieg die Anzeige gerade nicht. Moment. Oh, irgendwas hinten drin. Ja, ich bin drinnen. Okay. Kluppe ist glaube ich einfach nur froh, dass ich hinten sitzen muss. Hör auf damit ihr! Oh Gott, Kevin! Jetzt wegen dieser Kluppe kriegt ein Headshot, das Auto wird... Oh Gott, jetzt, come on, bitte! Kevin! Ich warte extra die ganze Zeit, dass er es nicht macht. Komm mal zur anderen Seite, komm zur anderen Seite. Okay, komm rein. Komm zur anderen Seite, komm zur anderen Seite. Nee, du gehst jetzt nach hinten. Kluppe. Ich frag mich gerade die ganze Zeit, warum ich keine Anzeige krieg zum Einsteigen. Ich hab ne Waffe in den Hand. Oh Gott. Was? Du ertreut mich die ganze Zeit. Oh. 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 Hallo. Keine Ahnung wie man das Ding fährt. Daniel, die Tür ist auch offen, ne? Die Tür ist auch. Was soll denn das? Ja. Ich kann sie nicht zu machen. Kevin. Ich kann sie auch nicht zu machen. Wer ist schon da gerade draußen? Ja. Kevin. Guck mir nicht so an hier. Guck mir nicht so an. Oh. 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 Was denn? Nichts. Geh. Hat irgendjemand was gesehen? No, leck's. Genau. Das lecken einfach alles. Aber wir haben nicht gesehen, wir von der Straße abgekommen sind. Wir waren plötzlich einfach einmal im Graben. Das habe ich gesehen. Ja, ja. Oh, ja. Ich weiß nicht. Die Straße, weißt du, die Straße war da unklar. Da wusste ich nicht genau, wie fahren soll. Also. Was sind die gerade? Für mich hier irgendwie überhaupt nicht sicher, ne? Weil, wenn ich jetzt mal nach hinten gucke. Diese große Lenkscheibe. Das ist so eine klassische Kleinwagenscheibe, ne? Ich kann nicht mehr so weit nach hinten gucken. Ich kann keinen Schulterblick machen, möchte ich anmerken, ne? Ich kann nicht nach hinten gucken. Wie soll ich parken, Alter? Das funktioniert nicht. Also, mir gefällt es gar nicht, dass die Tür offen ist, ne? Das ist so gegen die Regeln. Oh Gott. Aber zum Glück gehört der auf deine Geschosse. Mario, rutsch mal nach vorne da. Ja, rutsch mal nach vorne. Geh mal raus. Mario. Mach das Ding um. Steig ein. Mach die Tür zu. Genau. Bitte. Ich kann das nicht mit ansehen. Und anschnallen. Anschnallen? Welche Gurte denn? Da ist doch ein Gurt. Da hat echt Gurte hier drin. Hat irgendjemand ein bisschen Talent als Rallye-Fahrer-Ansager? So von wegen... Sharp right. S in front. Sharp turn. Forty degrees. Left. Ich kenne die ganzen Sprüche leider nicht. Wie die Hupe wenigstens. Na, du spielst mit einem Feuer, oder? Ne. Funktioniert. Also... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das dich drücken muss. Ich hab H gedrückt. Ich hab H gedrückt. Das hat nicht funktioniert. Oder K. K. Oder linke Maus, sagst du? Oder Doppel-Enter. Hm? Ja? Kompleter Doppel-Enter-Witz! Geht ja hier nicht. Du kannst ja nicht rausgehen. Ich kann nicht mal die Tür öffnen. Ja schon. Aber jetzt hat vielleicht einmal zwei oder einmal drei Spieler gelacht. Weißt du? So mach ich das. Ming Li. Sind wir bald da? Ich weiß nicht mal, wo ich hinfahre. Oh. Wir könnten vielleicht einmal kurz mehr für die Munition auftanken. Ich glaub da... Dann ist das Auto schneller weg, als wir gucken können. Ah. Ich parke einfach ein bisschen weiter weg. So ein Kilometer oder so. Dann einfach die Zunkerze mitnehmen oder die Batterie. Ja genau. Am besten beides. Oh mein Gott. Welcher Gang ist denn? Ah. Hey. Das ist Schutzschild. Plötzlich ist übrigens die Windschulstelle gar kein Problem mehr für mich. Schutzschild. Oh. 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 Wo kam der denn her? Oh. Oh Gott. Oh Gott. Heuballen. Überall. Ja. Ich hätte doch keiner wissen, dass hier so ein Heuballenfeld ist, Mann. Ach. Schlösser, soll ich mal kurz aussteigen? Ne, warum? Du Schutzschild. Sein Loch sieht auch aus, möglicherweise. Ja, ein bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter rechts, 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 ja rechts, 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 links, 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 links. Geradeaus. Millimeterarbeit hier. Und wir haben mal links und rechts Streifen. Wir haben mal links und rechts Streifen, was soll passieren? Ach ne, hier kommen gleich Hindernisse auf der Straße, pass auf. Kann ich hier nicht so links irgendwie dran vorbei? Garantiert sogar. Oh Gott. Wollen wir denn überhaupt? Teasy. Wollen wir euch zum Erfield? Einen wollen wir zum Erfield, ja. Einmal kurzer Teasy. Können wir das Ding hier mal zumachen? Was zum Ding? Die Mode auf. Nicht, dass wir gleich sterben. Oder das Auto wieder kaputt ist. Wir sind gerade wieder durch den Busch gefahren. Gar kein Problem. Safe call. Trau mir. Alter, bisher haben wir keinen Unfall gebaut, oder? Ja, aber gleich. Könnt ihr sagen, wenn rechts die Kurve kommt? Hat Knüppel auch gesagt. Ja, aber Knüppel ist auch nicht mit dem Auto gefahren, wo die Motorhaube vorne hoch war. Ja, dann wäre mir auch nichts passieren. Schausende. Mauer. Also bis Teasy schaue ich dann vermutlich noch. Oh, ich sehe überhaupt nichts mehr plötzlich. Wenn dieser hier uns sieht, dann ist das irgendwie schon relativ funny. Ohohohohohohoho. Überall war auch links und rechts. Das ist was schneller fahren hier. Oh Gott nooo. Oh Gott, ich werde nervös. Rechtskurve, 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 rechtskurve! Ja, guck mal, endlich arbeiten wir mal zusammen. Jetzt leicht links. Jetzt? Ja. Ok, nice. So, jetzt wieder rechts, 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 links, links, rechts! Jetzt kommt gleich eine Linkskurve! Ja, Knüppel! Links, links, links! ich sehe ich nicht sehen, ich sehe nur so zwei Köpfe nach vorne Oh mein Gott, ich habe ein Standbild im Spiel, die Bewegung sieht man vor, oh mein Gott, so schnell Time Warp, Time Warp Alles safe, trau mich, oh Gott, da war ich ganz schön knappe Bombe Ich glaube, gleich geht's, nach rechts, so leicht rechts Guck aber nur nach hinten Nein, Klipp, du musst uns helfen, Mann Wir sind ja wohl die Straße rausgehend Oh Gott, ich guck nach hinten und sag euch, ob ihr links oder rechts müsst, ganz einfach Alles klar, oh, hier ist ein Linkskurber, das sehe ich, weil ich links da vorbeigucken kann Ich muss nur links und rechts vertauschen Ich glaube, ich fahre mit der Motorhaube schneller als manche Leute ohne Motorhaube oben Oh, rechts, 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 zu weit rechts Ja, Problem Dein Ding ist ein Offroader Eben Ja, das sind ein paar Tannen, bei uns, wir sind natürlich nach vorne dran nicht Stimmt, ich habe das gesehen Wollen wir nicht einmal von hier schon weiter losfahren, äh, loslaufen, das hätte ich mir so weit Steigt doch aus, Knüppel Geht doch Steigt doch aus, Knüppel Steigt doch aus, Knüppel Geht doch Steigt doch aus, Knüppel Steigt doch aus, wir sind hier bei unserem, am K, hinten Das sind zwei, ganz viele im Wald oben Ganz viele im Wald oben Renn ja den Berg runter Hm Rennst du mit dem Berg runter? Ja, ich renne auch mit dir runter Sorry, Knüppel Handling, Handling Ich sehe einen Ich lebe noch What the fuck? Das Auto ist nach vorne teleportiert Moment, ich bin, ich schaffe es nicht Ich glaube ich sehe, er ist bei mir Bei mir Ich habe ihn schießen hören Ich laufe drauf zu Sag, sag, wo bist du, Kevin? Bei den Tannen, weiter Das ist ziemlich oben am Rand auch, ne? Vom Wald Ja Dann wieder weg Jetzt sind wir auf einem Feld Da ist ein Tannen an der Seite Ab ihn, Ab ihn, Ab ihn, Ab ihn, Ab ihn, Ab ihn, Ab ihn Ab ihn, Ab ihn, Ab ihn, Ab ihn, Ab ihn Ab ihn, 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 Ab ihn Nein, er ist K.O. Hast du ja bei Mi denn noch getroffen, oder wie? Nein, mit Steh Alien 건, die ich hier gefunden habe Warte, wir lassen sie es einfach ausziehen und dann Ich komme auf euch zu, ich komme auf euch zu Eigentlich nicht genau Enke Werd Ja, ich weiß Wir lassen ihn erst mal noch mal liegen Pass auf, er kann noch, liegt die Waffe Lied die Waffe, ich werde sie aufsammeln Oh nein Oh mein Gott ernsthaft Oh mein Gott wir sind ganz gut Der richtige Moment Untertitelung des ZDF, 2020